Warte, mach mal das Sumo-Ding jetzt hier, oder was? Das Sumo-Ding. Ja, hier ist so ein Sumo-Gegner-Modus. Ja, ich weiß, ich bin nicht da drin. Also den machen. Das ist der falsche. So egal welcher. Ja, lass es den trotzdem machen, einfach mit dem Just for Fun. Aber wenn wir den schon hatten, guck mal wieder ein paar Leute rein, kriegst mir. Ja. Also wüsste ich nicht, wer ihr seid, würde ich jetzt sagen. Ich maus demsel. Cool. Wow. 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 Ich glaub nicht, dass du dafür Leute begeistern wirst. Mal sehen. Nö. Also sind wir jetzt zwei Teams, die gegeneinander kämpfen. Ja. Schade. Na, cool gewesen mit Ballo. Ein paar mehr Leute in Random oder so. Ja, das wirst du mit Random nie hinkriegen. Das haben wir doch schon öfter probiert. Das klappt nicht. Das interessiert die Leute nicht, die Modi hier. Die meisten wollen immer nur Geld machen oder in Open Lobbys rumballern und andere Leute ärgern. Was anderes wird nicht mehr gemacht bei GTA Online. Ja, scheinbar. Oh, ich bin auch noch mit Kevin in einem Team. Kannst du nur verlieren. Ja, 20. Ach, alles gut. Schade. Ja, es ist alles gut. Guck mir, nochmal. Ja, mach was. Herr, du kannst mir dasadora- das ist genau aus. so Probleme. Ich bin ein bisschen verlassen mit vor, aber ich bin ein bisschen nervös. Das wäre schön, wenn du mich nicht runterschutzst. Ich kriege gar nicht raus. Ja, du bist auf mich zugefahren. Scheiße. Was? Alex macht alles geplant. Wollte ich doch schön abstaunen. Ja, aber nicht, wenn du am Rand bist. Nein. Niemand. Nein! Nein! Dann legt sie sich einfach unter mich. Ich glaube nicht. Guck mal. Guck mal. Scheiße. Nein, nein. Oh mein Geist! Oh, Junge! Weißt du, der erste, der einen Kratzer reinmacht und wieder Kevin. Ja. Hast du gesehen? Ich zeig dir meinen Heck. Ähm, wie heißt das vorne? Meine Front. Ui! Und tschüss! Ja, super. Jetzt bin ich wieder mit dir alleine. Und mein Auto nur rückwärts fahren wollte. Aber hey, ich hab allen mitgenommen. Ich will nicht. Ich noch mal. Ich hoffe. Was ist das? Nein! Jawoll! Ich hab's nur gesehen und dann... Ich bin tot. Na, das sieht gut aus gleich. Ich hatte so Schiss, dass du jetzt, wenn der Enten kommt und mich einfach durch die Gegend schmeißt. So. Dann hattest du wohl glücklich. Oder du Pech. Man hat sein Headset sehr laut. Also ich bin dann noch auf jeden Fall für einen anderen Modus. Okay. Ja, wir können halt alles durchprobieren. Ja, ich guck dann danach mal nach den Beschreibungen der anderen Sachen. Weil das hier ist echt, äh... Wow! Wach mal, das hat Höhenflüge. Wach mal. Wach. 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 Verwacht. Joach CL inspector Geld, Oh, man. ich hab Drehwurm das war knapp das war knapp ich habe keine Ahnung was gerade da passiert ist oh nein ok warum auch immer nein nein krui 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Was? Ich war drin? Eigentlich war ich drin. Ja. Ich glaube, du warst zu dreiviertel mit dem Auto draußen. Na ja, glaub nicht, aber egal. Was war das jetzt, Baby? Wie hast du dich dann zurückgesetzt, ey? Das war irgendwie das falsche Auto. Das war's für heute. Das war's für heute. Was? Was? Wer wusste da, Enrico, oder? Hier, Enrico. Schuss, Enrico. Mann, hast du Glück. Nein! Nein! Mann! Oh! Das ist aber alles noch kurz und knapp hier, ey! Ich will doch einfach nur, dass es vorbei ist! Hehehehe! Okay. Nein, schon wieder und schieben. Mann, ey, ich kann es nicht mehr sehen, langsam. Hey, ist das vorbei? Oh, es ist vorbei, oh gut. Drei Runden. Erlöst. Hä, wieso seid ihr Gewinner? Ja, das können. Ich weiß es nicht. Hä? Ich bin echt gewohnt, lol. Ich bin echt gewohnt. Ich kriege mehr Kohle, mehr AP. Äh, wieso habt ihr beide Siege? Wir haben beide gewonnen. Wir sind alle gleich, gleich auf. Nee, aber guck mal, ihr habt drei Sieg und wir einen. Wie geht das? Aber wir sind alle gleich. Sind halt unten. Hä, macht gar keinen Sinn. Ja, aber trotzdem. Hä? Keine Ahnung. Wir haben eine Runde gewonnen, der Rest war unentschieden. Ach? Ja. Hä? Es geht um die Zeit oder so, die irgendwo verbringen gebracht wurde. Nee, eigentlich nicht. Nein. Merci. Sehr. Wie geht das mal? Wir haben nie. mareä. Äh. Entschwriting.